Der Wetterflash wird Ihnen präsentiert von Golf Augwil. Guten Morgen miteinander. Wir haben heute wieder Hochsommerwetter. Schon den Vormittag zeigen sich mit nur wenigen Wolken. Die Sonne ist aber im Mittelpunkt. Aufgestanden sind wir mit Temperaturen um die 15 bis 16 Grad. Es wird also schon wieder relativ warm und drückend. Heute Nachmittag steigt das Quecksilber noch in die Höhe. Wir haben viel Sonne. Die Quellwolken, die es am Nachmittag noch zu sehen gibt über den Bergen, bleiben harmlos. Und dann haben wir um die 29 bis 30 Grad im Norden und sogar um die 32 Grad im Tessim. Ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Hochsommertag. Merci fürs Zuschauen und bis bald.